Hallo und herzlich willkommen zum SHK TV Magazin. Dusch-WCs bieten ihren Nutzern völlig neue Möglichkeiten bei der Hygiene und erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Um die Produktvorteile noch besser vermitteln zu können, hat der japanische Hersteller Toto das Washlet Center entwickelt. Diese Schaufläche ermöglicht dem Großhändler und Handwerker in seiner Ausstellung eine ganz besondere Form der Verkaufsunterstützung. Das Washlet Center ist eine Einheit, bestehend wahlweise aus drei oder fünf Wand-WCs mit einem Elektroanschluss für jedes Wand-WC und zusätzlich ein WC in Wasserfunktion. Das Washlet Center besteht aus verschiedenen Komponenten, einmal die Sanitärprodukte als sich, dann das Informationsbanner mit den vielen technischen Features, die wir haben, die man im Verkaufsgespräch dann auch visualisiert dem Endkunden darlegen kann und damit hilft Verständnis zu erreichen, um den Kunden in die nächste Dimension der Wandgestaltung zu bringen und ihnen eine völlig neue Hygiene zu geben. Das Washlet Center kann ohne aufwendige Maßnahmen in jeder Ausstellung platziert werden. Benötigt werden lediglich eine Wand von 2,50 Meter bis 4 Meter Länge und Strom. Wasser brauchen wir nicht, da wir in einem Stand-WC Kombination ein Kreislaufsystem installiert haben, mit dem man die Wasserfunktion des Washlets als auch unseres WCs zeigen kann. Vom Einsteigermodell bis zur Luxusvariante. Mit dem Washlet Center lassen sich alle Preiskategorien abbilden. Auch die Wasser- und Elektrofunktionen der Washlets können dem Kunden direkt vor Ort präsentiert werden. Die mit Wasser ist insofern interessant, als was wir das Tornado-Flash zeigen. Die einzigartige Spülung, die es in Deutschland gibt mit diesem kreiselnden Wasser in der Innentoilette. Dann haben wir die Stabdüsentechnologie mit den verschiedenen Strahlarten für die Intimreinigung, Lady Dusche, stärkerer Strahl, weicher Strahl, Oszillation und das sind die wesentlichen Eigenschaften, die wir mit Wasser zeigen. Bei der elektrotechnischen Darstellung zeigen wir den beheizten WC-Sitz, die Geruchsabsaugung, den Föhn und das automatische Öffnen und Schließen des WC-Sitzes. Das Washlet Center bietet in vielerlei Hinsicht einen echten Mehrwert und kann ganz unkompliziert bei Toto angefordert werden. Sie machen einfach einen Kontakt mit unserem Außendienstmitarbeiter. Sollten Sie ihn nicht kennen, schauen Sie auf unserer Homepage. Dort finden Sie in Ihrer Region den entsprechenden Ansprechpartner und dieser wird sofort einen Termin mit Ihnen vor Ort in Ihrer Ausstellung machen. Dort wird entschieden, welche Ausstellungsgröße, welche Washlet Center Größe Sie haben möchten. Dann wird ein entsprechendes Bestellformular ausgefüllt und dann wird entsprechend auch kurzfristig geliefert. Zum Lieferumfang des Washlet Centers gehören nicht nur die Dusch-WCs. Auch umfangreiches Zusatzmaterial ist im Paket enthalten. Sie kaufen die Sanitärmaterialien zu Ausstellungskonditionen, wie Sie auch sonst Sanitärmaterialien kaufen. Wir stellen Ihnen zur Verfügung das Pumpenset, das Banner und dafür zahlen Sie nichts. Dafür bekommen Sie aber eine exzellente Verkaufshilfe inklusive Broschüren, die Ihnen hilft, den WC-Platz als solches um ein Vielfaches produktiver im Verkauf zu machen. Weil wir sprechen jetzt nicht mehr über eine Toilette von vielleicht 100, 150 Euro. Wir sprechen von einem Verkauf zwischen 1.300 bis zu 10.000 Euro an Mehrwert in Ihrem tagtäglichen Verkauf. Mit dem Washlet Center bietet Toto dem Großhändler und Handwerker neue Chancen in der Vermarktung von Dusch-WCs und zeigt dem Kunden auf anschauliche Weise den Mehrwert eines Washlets. Das war unser SHK-TV-Magazin für heute. Schauen Sie schon am Donnerstag zu den Nachrichten wieder bei uns rein. Bis dahin, alles Gute!